Sooo, da sind wir wieder. Zurück aus Stradio Valley. Hallo, Kinds. Ich erbreche echt von unserer Frau, ne? Kennt sich der Frau nicht da wieder? Ja, man kennt ihn. Ich bin gespannt, wenn ich da nicht mehr die Lila-Weine habe. So, und ob wir dann auch Lila-Weine kriegen, äh, meine Farben, Lila-Weine... Bäh, bäh, kann ich mal überreden. Das andere farbige Weine da kriegen. Ich bin heute früh aufgestanden, um die Tiere zu verdanken, ne? Danke. Was haben wir hier? Hi, Führer. Nochmals vielen Dank für deine wunderbare Ehre, die sich perfekt für meine Arbeit zur Energie-Neuausrichtung eignen. Ich wollte dir mit diesem besonderen Geschenk gedanken. Ich hoffe, du kreierst damit eine wundervolle Gegenstände. Oh, die Nähmaschine. Oh, cool. Easy. Nähmaschine for life, kaputt. So, iridio, call and call. Ja, wir können euch mit diesem iridio-Statue echt gut wissen. Eine Nähmaschine, cool. Was findet ihr denn? Was man nicht sieht, ne? Hilft mal hier hin. Stoff. Cool. Okay. Ich weiß nicht, was das heißt. Na gut. So. Hallo, hallo. So. Damit haben wir alle Hühner abgearbeitet. Zack. Und irgendwann den Schnattern noch was abgegeben. Soweit wir sind am Ballern Dann gehen wir jetzt direkt runter Zur kollegischen Schuh Wir haben jetzt ein Hartholz, das ist das Hartholz Ich würde jetzt mal sagen So, so Ich hoffe mal die Milch treten zu wollen, du Arsch Wie hat denn ich dir? Hat Holzfeuer machen und dann ab Schiff reparieren Sobald können wir wahrscheinlich heute eh nicht fahren, können wir erst morgen fahren Ne, meine Schweinchen Geht's auch allen gut Kann ich hier irgendwo eigentlich meine Tiere einsehen? Bin das nicht irgendwie? Da war es nur bei Haus Egal Tieren geht's allen gut So Und zack Ich glaube ich muss halt noch mal ernten, ne? Ja doch nicht Hm, doch nicht Es war gut, dass wir so ein Haus haben, wo wir einfach um Einfach rein schmeißen können Im Grunde Nicht praktisch Nehmen wir Hartholz mit, nehmen wir Hartholz mitkommen Ich kriege zwölf, ne? Ja 88 Scheiße, ich hab dann 100 So Meine Katze mag mich wahrscheinlich auch nicht Weil ich mich einfach nicht um die Katze kümmer Äh, erzähl ich was mit mir die Katze Gar nichts, ne? Ja So Schon den elften Tag im Winter, ja Im Winter fast schon rum Wieih shit Döööööööööööööde Musst Mal gucken mit dem Wizard, was der so mag Da müssen wir uns mit dem Wizard noch gut stellen Weil der Wizard hat auch noch ne Quest scheinbar So Die Schleuch jetzt einfach heute mal Aber sie mich nicht ignorieren wollen scheinbar Ah, kann ich mit auf ihm angeschleimt sein, danke. Ah, nervt. Ah, sogar noch einen Samen gekriegt, nice. 2-200 Tage voll. Auf zum Strand. Wir haben natürlich noch einen guten Tag vor uns, wenn wir direkt fahren könnten. Ich habe vielleicht noch ein bisschen wenig Essen dabei. Egal, egal. So. Die Aufgaben haben wir auch gestern gemacht bei Emily. Ist auch gut. Wieso? Ich wusste echt nicht, dass mein Kamali schon immer zum Strand... Ah. Oh, danke. Oh, ja. Warte, fuck. Haben wir den schon mal gehabt? Ich weiß es nicht. Warte, will er jetzt zurück. Schön. Ich hoffe, ich gehe mal das Boot reparieren. Woll. Warte, haben wir gefunden. Das Boot wird über Nacht repariert. Scheiße. So. Kann also doch nicht. Schade. Oh. Hätte er klappen können, ne? Auch mal eine Muschel. Nehmen wir doch mal mit. Eine Venusmuschel. Ich könnte jetzt was sagen, aber ich lasse es. Ah, hier ist er ein bisschen rot. Ja, guck mal hier. Ne, Nautilus. Zack. 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 Lass unser Michelin 완성 genommen. Ne, keinen, Kernühren. Hätte ich nicht schon bekommen. Schade, schade, schade. Verstehe ich nicht, wenn er ein Iridium verkaufen würde. Vielleicht nur das Standardzeug oder so. langweilig ein Ridium Erz für 1000 wo du 5000 ausgeben musst für einen Barren im Grunde wäre eigentlich auch vertretbar würd ich sagen oder? oder? ah na der so jetzt hast du so einen Steinhaufen eine Megabombe für tausende läst du eine Explosion aus läst du eine mächtige Explosion aus läst du eine kleine Explosion aus klingt das schon während ich meiden das ist cool 200 Energie einfach ne das ist krass eigentlich und ein bisschen Gesundheit so ich hab leider die Quest nicht abgedacht ja bitte dass wir hier die ganze Moments Schleime töten sollen ich will in manchen Pocken einfach so hängenbleibt finde ich auch etwas nervig mal ein paar Bäume füllen das brauchen wir auch allgemein noch mal ein bisschen mal was her ja jetzt stehen wir mal offen ja wollte schon sagen der sieht mich anders aus so jetzt sind wir fertig fertig erstmal eben hier abladen blub 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 äh eigentlich jetzt hab ich glaube ich hier oben drin zack bei dem können wir noch pflanzen stimmt ich auch noch blub 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 läch blub blub 瞒 auch nicht mir egal wir fangen es noch hier eben schnell heftig so zack zack so gut morgen erst das Ding ins vorne da ist unsere Frau oh wie machen die das jetzt die ganze Zeit äh versteh ich nicht so noch nix ich glaube euer Maximum erreicht ne ihr könnt natürlich noch solche Dinger ins Ding entstellen in so unserem was ist jetzt unser Wexhaus und sowas auch noch rein so ein so dass ich jetzt nicht essen die zu essen kann giftig sein ach alles gut hab sogar eine Laterne reingebaut so Finger Diamant was was soll den Diamanten reinschmeißen was warum alter schweiß schweiß mal mit Diamanten rein ja nix kostspieliges oder so ne Diamant hat jeder von uns mal ebenso in der Tasche so 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 hey dieser Mann sieht ja ziemlich gut aus achso und jetzt kann der ah jetzt kann die Bevölkerung steigen ok jetzt so gesehen aufleveln oder was hm muss ich jetzt selber beibringen oder werte sich automatisch hm was sonst gut ich hab eine Sache noch die ich machen will hab ich gesehen oder ähm was können wir denn da nehmen ey alles mögliche ne so ja wir haben einfach einen Diamanten dafür und einen Stoff schau mal was dabei rauskommt eine Diamantrobe vielleicht aber egal so wir haben ja hier Diamantenproduktions deswegen so so Anhängershirt mit einem großen Anhänger mit einem großen Anhänger Anhängershirt so ein bisschen zum trollen oder was so und seinen Klamotten schneidern so Kiste voll hm Jut 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 was machen wir denn noch Morgen auf jeden Fall oh Kind Hi Hi Kind Nummer 2 und Kind Nummer 2 blockieren braucht ihr jetzt ganz schön ins Bett oder was ne Hä Du darfst einfach nicht die durch und dann sieht man euch nicht mehr Ups eigentlich steht da ein Pixel oben ne Keine Einheit oben Müsste ich auch noch jede Menge machen ne Der hat sich glaube ich wieder gefangen so ein bisschen Müsste Zauber 23 Ah Der Plan aus Wir haben noch ein bisschen Zeit Oh Sebastian hatte gestern Geburtstag gehabt Ach der hatte auch Geburtstag gehabt Oh 2 Millionen das auch mein Ziel ne Wir haben uns einen Rückreisestab holen können Ja was soll ich noch machen was hatte ich schon mal alles erledigt heute ne Gut Was das Hm Euer